Moin, 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 liebe FIFA-Zucker und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich euch 15 Stürmer-Talente mitgebracht, die sich brutal entwickeln werden und definitiv oder garantiert zu den nächsten Superstars in eurem Team werden. Wir starten direkt mit dem ersten Talent, Wilfried Gnoto. Er geht rein mit einer 74, kann locker die 85 erreichen, ist hier schon zu Beginn bei mir ein Punkt gestiegen. Er spielt rechtes Mittelfeld, linke Zündelfeld, aber auch Stürmer. 20 Jahre alt, 1,69, klein, 3-stern, Spezialwirkung, 4-stern, schwacher Fuß hat er am Start. Seine Stärken liegen im Bereich Tempo und Dribbling. Auf der RM-Position hat er Flügel- und Innensturmprofi als grundlegende Rolle. Ansonsten auf LM Innensturmprofi, Stürmer hat aktuell noch keine grundlegende Rolle am Start, aber das lässt sich relativ schnell antrainieren. Ja, gehen wir mal weiter. Im Bereich Beschleunigung, Sprint, Tempo-Wirklichkeit, Balance hat er überragende Werte. Ansonsten Dribbling, Abschluss, Ballkontrolle, Schusskraft, kurzer Pass, sieht auch ordentlich aus. Zwei Playstars hat er am Start, Reiserei und schneller Schritt. Und der Kollege wird euch, ja, denke mal, so ungefähr zwischen, ja, ich hätte es mal so 13 und 18 Millionen Euro kosten. Er ist jetzt hier gerade schon zu Beginn der Saison nach Leipzig gewechselt. Dementsprechend könnte ich ihn jetzt nicht mehr holen, aber ihr könnt ihn natürlich noch zu Beginn holen, wenn ihr schnell genug seid. Der nächste auf der Liste ist Elise Ben-Segir. Er startet rein mit einer 74, kann locker die 85 erreichen, spielt LM, ZOM oder Stürmer. 19 Jahre jung, 1,78 groß, 3-ständig Spezialbewegung, 3-ständig schwacher Fuß. Stärker hat er im Bereich Tempo und Dribbling. Grundlegende Rolle auf LM-Flügel, ansonsten noch keine grundlegende Rolle am Start. Ansonsten gute Werte im Bereich Beweglichkeit, Sprintable Balance und Beschleunigung, Ruhe auch, Übersicht. Ansonsten Dribbling, Abschluss, Ballkontrolle, Schusskraft, Weitschüsse, kurzer Pass. Playstyle hat er Technik am Start und er wird euch zwischen 10,6 und 13,2 Millionen Euro kosten. Der nächste auf der Liste ist Marcos Leonardo. Er geht hier rein mit einer 77, kann locker die 85 erreichen, 21 Jahre jung, 1,50 groß, 3-ständig Spezialbewegung, 4-ständig schwacher Fuß. Hat seine Stärken im Bereich Tempo und Schießen. Und Stürmer, grundlegende Rolle, Knipser-Profi am Start, ansonsten gute Werte im Bereich Sprungkraft, Beweglichkeit, Reaktion und Stellungsspiel. Ansonsten Abschluss 83, Ballkontrolle 76, Schusskraft 78, Playstyle hat er Lupfer am Start und er wird euch zwischen 33,4 und 41,7 Millionen Euro kosten. Nächste auf der Liste ist Svere Halset Nipan, ich glaube den hatten wir auch schon mal in anderen Videos von mir. Guter Mann auf jeden Fall, der hier mit einer 66 reingeht ins Spiel und locker die 86 erreichen kann. Er spielt ZOM, ZM oder Stürmer, 17 Jahre jung, 1,83 groß, 4-ständig Spezialbewegung, 4-ständig schwacher Fuß. Hat seine Stärken im Bereich Tempo und Dribbling. Grundlegende Rolle ZOM Motor, ZM Halbflügel, ansonsten schauen wir uns hier mal seine Werte an, Beweglichkeit, Balance sehr, sehr gut, Beschleunigung auch okay. Dribbling 68, Ballkontrolle 68, keine Places am Start, dafür sehr, sehr günstig, 2,15 bis 2,9 Millionen wird er euch kosten. Der nächste Verliste ist Honrad Hader, startet rein hier im Spiel mit einer 66, kann locker die 86 erreichen, Stürmer, ZM oder linker Flügel. 19 Jahre jung, 1,85 groß, 2-ständig Spezialbewegung, 2-ständig schwacher Fuß, Stärken liegend im Bereich Tempo und Dribbling. Grundlegende Rolle auf SD, also Stürmer, Knipser, Profi, ZM Motor. Ansonsten Beschleunigung, Sprint-Tempo, Aggressivität im grünen Bereich hier schon, ansonsten hier Dribbling mit 71 im Bereich Technik. Keine Places am Start, wird euch zwischen 2,35 und 3,15 Millionen Euro kosten. Der nächste Mann auf der Liste ist Kenan Yiltis von Juventus Turin. Wenn ihr so ein bisschen Fußball aktuell verfolgt habt in der italienischen Liga, ja gerade der letzte Spieltag, da hat er einen Doppelpack gemacht. Also ein auftrebendes Talent, auf jeden Fall auch in Real Life. Er beginnt hier mit einer 71, zu Beginn kann locker die 86 erreichen, spielt linker Flügel, linkes Mittelfeld oder Stürmer. 19 Jahre jung, 1,85 groß, 3-ständig Spezialbewegung, 4-ständig schwacher Fuß hat der am Start. Ansonsten Stärken im Bereich Tempo und Dribbling. Grundlegende Rolle LF, Flügelmotor, LM, Flügelmotor und Stürmer, falsche 9. Und wir schauen uns hier mal die Werte von ihm an. Beschleunigung, Sprint, Tempo, Beweglichkeit, Übersicht sind gut. Dribbling, Ballkontrolle, kurzer Pass. Places hat er aktuell nicht am Start. Und ist auch noch sehr, sehr günstig zu haben, muss man einfach sagen. 4,55 bis 6,1 Millionen Euro. Also das ist auf jeden Fall noch ein Schnapper. Der nächste Mann auf der Liste, ja man kennt ihn glaube ich mindestens seit letzter Saison, ist Chan Usun. Er startet rein mit einer 72, kann locker die 86 erreichen. Ja, ist 18 Jahre jung, 1,86 groß, spielt ZOM, Stürmer oder ZM, also relativ variabel einsetzbar auch im Mittelfeld. Hat 4 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß, Stärken im Bereich Schießen und Dribbling. Ansonsten grundlegende Rolle ZOM, Motor, Stürmer, falsche 9. Und bringt hier viele gute Werte schon mit. Beschleunigung, Beweglichkeit, Ballungs, Ausdauer, Stellungsspiel, Ballkontrolle, Dribblingabschluss, Schusskraft und Effet. Hat 3 Playstars am Start, angeschnittener Schuss, Technik und First Touch. Und wird er zwischen 6,1 und 8,2 Millionen Euro kosten. Ja, nächster Mann auf der Liste ist, ja finde ich ganz interessant, George Elitenikena. Er beginnt mit einer 72, kann locker die 86 erreichen. Ist bei mir tatsächlich auch schon auf der Favoritenliste gelandet. Hat zu Beginn 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß und Stärken im Bereich Tempo und Schießen. Ich habe ihn selber auch tatsächlich bei einem anderen Streamer entdeckt, muss ich ehrlich sagen. Fand ihn ganz interessant und habe ihn jetzt hier auch auf meiner Talente-Liste schlussendlich wiedergefunden. Wir gucken uns seine grundlegende Rolle an. Knipserprofi im Bereich Stürmer. Ansonsten gute Werte im Bereich Beschleunigung, Sprint-Tempo, Sprungkraft. Und hier Abschluss, hier ein 70, Schusskraft, Ballkontrolle. Keine Playstars am Start und er wird sich zwischen 5,7 und 7,6 Millionen Euro kosten. Ja, der Nächste auf der Liste ist Samu. Er geht rein mit einer 75 zu Beginn, kann locker die 86 erreichen, spielt Stürmer, 20 Jahre jung, 1,93 groß. Das sagt schon wieder für mich Top-Spieler, weil ich gerne mit großen Stürmern spiele. 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß, Stärken liegend im Bereich Tempo und Schießen. Schauen wir uns das mal gleich an. Anspielstation, grundlegende Rolle. Hat er hier auf der Stürmerposition. Ansonsten Sprint-Tempo 75, Sprungkraft 88, Stärke 85, Stellungsspiel 81. Sieht für mich erstmal nicht so schlecht aus. Klar, Beschleunigung kann noch besser werden, aber dafür ist er sehr, sehr groß mit 1,93. Und hat eine gute Sprungkraft und eine gute Stärke. Wodurch ja schon das ein oder andere Kopfball-Duell auf jeden Fall für sich entscheiden sollte. Ansonsten im Bereich Technik. Hat er Stärken im Bereich Abschluss, Kopfballpräzision und Schusskraft. Hat zwei Places am Start, Power-Kopfball und in der Luft. Also ein ganz klarer Kopfballspieler. Und er wird es sich 16,6 und 20,7 Millionen Euro kosten. Der Nächste auf der Liste ist Paris-Brunner. Ich glaube, den hatten wir schon zweimal mittlerweile hier auf meiner Liste drauf. Er beginnt mitten auf 65, kann locker die 87 erreichen. Stürmer oder linkes Mittelfeld kann er spielen. Ansonsten ist er 18 Jahre, Junge 1, 75 groß. Vier Sterne Spezialbewegung, vier Sterne schwacher Fuß. Stärken im Bereich Tempo und Dribbling. Grundlegende Rolle Stürmer, Knipser-Profi und Sturmschuss-Profi. LM Innensturmprofi. Gute Werte im Bereich Beweglichkeit. Aber auch im Bereich Sprungkraft und Beschleunigung schon. Ansonsten hier Abschuss mit 72 im Bereich Technik. Ein guter Wert, weil ihm Playstyle hat er Technik und Flair am Start. Und ja, ist in der ersten Saison ausgeliehen. Dementsprechend nur in der zweiten Saison erst verpflichtbar. Der nächste auf der Liste ist Karim Konaté. Er geht rein mit einer 73, kann locker die 87 erreichen. 20 Jahre jung, 1, 78 groß. 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fußattempstart und seine Stärken liegen im Bereich Tempo und Dribbling. Auf der Stürmerposition hat der Grundlegende Rolle Knipser-Profi und Sturmschuss-Profi. Ansonsten gute Werte im Bereich Beschleunigung, Sprint-Tempo, Sprungkraft. Und hier im Bereich Dribbling und Kopfballpräzision. Freischlüsse kann er auch ganz gut. Playstyle hat er Raserei am Start. Und ja, wird aktuell zwischen 8,6 und 10,8 Millionen Euro auf dem Markt gehandelt. Hier seht ihr auch schon, da sind einige Vereine dran. Da solltet ihr auf jeden Fall auch schnell sein. Der nächste an der Liste oder auf der Liste ist Victor Rojtsch. Er geht rein mit einer 76, kann locker die 87 erreichen. Spitzstürmer, rechter oder linker Flügel. Also sehr variabel, 1,6 Bar außen. Ich persönlich werde ihn wahrscheinlich eher auf Flügel stellen. Aber jeder spielt ja gerne mit anderen Spielertypen im Sturm. Stärken liegen im Bereich Tempo und Dribbling. Ja, 1,2 B, groß, 19 Jahre, jung, 4-Sterne, Spezialwägung, 3-Sterne, schwacher Fuß. Grundlegende Rolle, ST, Knipser-Profi, rechter Flügel, Flügel. Stärkenbereich, Beschleunigung, Sprinter, Beweglichkeit, Sprungkraft. Spendungsspiel 80, Dribbling, Abschluss, sehr, sehr gut. Schusskraft, gut, Volleys, auch ordentlich, Ballkontrolle. Plays, das hat er Raserei, Flair und schneller Schritt am Start. Und ja, ist in der ersten Saison tatsächlich auch ausgeliehen. Also müsst ihr dort in der zweiten Saison erst zugreifen. Ja, nächster Mann auf der Liste, auch sehr, sehr interessant, finde ich, Fares Chaibi. Wahrscheinlich habe ich ihn wieder falsch ausgesprochen, aber nimmt mir das nicht so übel. Er beginnt hier im Spiel mit einer 77, kann locker die 87 erreichen. Spielt ZOM, linker Flügel oder Stürmer. Aktuell bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. 21 Jahre jung, 1,83 groß, 4 Sterne, Spezialwürgen, 3 Sterne, schwacher Fuß. Hat seine Stärken im Bereich Passen und Dribbling. Grundlegende Rolle, ZOM, Halbflügel, LF, Flügelmotor. Ja, hat hier viele grüne Werte. Ausdauer, Sprungkraft ist gut, Sprinttempo ist gut, Reaktion, Übersicht. Ansonsten kurzer, langer Pass, Dribbling ist ordentlich, Flankenballkontrolle. Also viele, viele grüne Werte. Places hat er angeschnittener Schuss und Technik am Start. Und wird euch zwischen 31,2 und 39 Millionen Euro kosten. Der Nächste auf der Liste, man kennt ihn. Er wird bei Bayern relativ wenig eingesetzt, wie ich finde, obwohl er ein Riesentalent ist. Matissell, er geht hier rein in Spiel mit einer 77, kann locker die 88 erreichen. Spielt Stürmer, linkes Mittelfeld oder rechtes Mittelfeld. Stärken sind Tempo, Schießen und Dribbling ist auch nicht schlecht. Vierstände, Spezialwägung, vierstände schwacher Fuß. Der junge Mann ist noch 19 Jahre, Junge, 1,83 groß. Hat grundlegende Rolle, SC Sturmschussprofi, linkes Mittelfeld, Innensturmprofi. Und ja, ordentliche Beschleunigungswerte. Sprinttempo ist ordentlich, Beweglichkeit, Sprungkraft. Ansonsten 80er Abschluss, 88er Schusskraft. Sehr, sehr stark. Playstyle hat angeschnittener Schuss und wird euch zwischen 28,2 und 35,2 Millionen Euro kosten. Der Nächste Mann auf der Liste ist Hendrik von Real Madrid. Er startet hier rein mit einer, naja, 77. Kann dafür aber die 91 locker knacken. Spielt Stürmer oder rechter Flügel, 18 Jahre jung, 1,73 groß. Ja, seine Stärken liegen, ganz klein im Bereich Tempo. Er ist unglaublich schnell, ist aber auch gut im Bereich Dribbling und Schießen. 18 Jahre jung, 1,73 klein, vierstände Spezialwägung, dreistände schwacher Fuß hat der am Start. Grundlegende Rolle, SC Innensturm oder Sturmschlussprofi, besser gesagt. RF Lügel. Ansonsten Beschleunigung, Sprinttempo, Beweglichkeit, Sprungkraft. Sehr, sehr gut. Gut, ähm, ansonsten Schusskraft, Dribbling, Abschluss auch ordentlich. Placeless hat er auch vier Stück am Start, Power, Schuss, Raserei, Flair und schneller Schritt. Und er wird euch zwischen 31,4 und 39,3 Millionen Euro kosten. Ja, das war auch schon der letzte Spiel auf meiner Liste. Das waren meine 15 Stürmertalente. Sind natürlich nicht nur im Sturm einsetzbar teilweise, sondern auch woanders. Sehr gut geeignet. Probiert sie gerne aus. Schreibt wiederum in die Kommentare, welchen Spieler ihr davon empfehlen würdet. Wie sich die Schüler bei euch entwickelt haben. Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Ich werde vielleicht auch den einen oder anderen Spieler jetzt mal zunehmend in den Karrieren mal austesten. Ja, ansonsten bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.